So, ja, hi Funkfreunde. Ja, wie gesagt, wir haben mittlerweile 18.40 Uhr, also vielleicht 20 vor 7. Ja, so richtig viel los ist gerade noch nicht. Wir hatten viel Bandöffnung, also wie gesagt, im Bereich zwischen, ich sag mal, Grobkanal, zwischen Kanal 30 und 40. Auf LSB war halt einiges zu hören heute. Unter anderem Vereinigte Staaten und Südafrika. Also okay, da ging irgendwie richtig die Post ab. Hat auch mit einer Station geklappt, da bin ich ganz stolz drauf, erster Kontakt mit USA. Und ja, das hat irgendwie funktioniert, fand ich ganz gut. So, ich habe mir jetzt mein Tablet nochmal ein bisschen fertig gemacht. Heute Nachmittag war die Webseite von der Funkstaffel nicht so richtig zu erreichen. Das war ein bisschen blöd. Jetzt habe ich hier über das Tablet mal den aktuellen Ablaufplan schon mal rausgesucht. Ich hoffe, dass mein Akku hier mit dem Ding ein bisschen hält. Das ist auch schon etwas älteres Modell. Aber gut, jetzt brauche ich das ja erstmal nicht, aber dann kann man das nachher ein bisschen verfolgen. Und ich sag mal, das ist etwas besser wie hier aufs Handy. Da, naja, gut. Schauen wir mal. So, wie gesagt, ein paar QSOs hatten wir schon. Nur irgendwie das mit dem USA, QSO, da bin ich irgendwie nicht dazu gekommen, das aufzuzeichnen. Schade eigentlich. Wäre mal ein Ding gewesen. Naja, gut. Machen wir mal weiter und mal gucken, was jetzt hier gleich so in der nächsten Stunde noch passiert. Ich glaube, die ersten Stationen fahren so langsam auf die Hügel. Sonne ist langsam weg und man merkt, wie gesagt, Sonne weg und schon wird es ein bisschen schattig. Also hier bei mir im Bussele geht es. Tür habe ich noch ein bisschen offen. Und ansonsten kann ich das nachher aber zumachen und schauen wir mal. Alles klar, bis später.